Herzlich Willkommen, mein Name ist Marius Ebert und heute möchte ich Ihnen den berühmten Hawthorne-Effekt vorstellen. Und dieser Effekt ist verbunden mit diesem Mann, das ist Elton Mayo, 1949 gestorben, Elton Mayo. Und dieser Mann hat in den 30er Jahren sehr berühmte Experimente vorgenommen und das schauen wir uns jetzt mal etwas genauer an. Und zwar sind diese Experimente vorgenommen worden in den Hawthorne-Werken. Das ist in den USA, in Illinois, nicht zu weit weg von Chicago. Und das war wie gesagt in den 30er Jahren und da hat man zunächst einmal die Frage untersuchen wollen, wie sich die Beleuchtung auf die Arbeitszufriedenheit auswirkt. Also gibt es einen Zusammenhang zwischen der Beleuchtung am Arbeitsplatz und der Zufriedenheit der Mitarbeiter. Das war die ursprüngliche Ausgangsfrage und da kamen sehr interessante Ergebnisse dabei raus. Zum Beispiel hat man die Beleuchtung am Arbeitsplatz erhöht, also intensiver gestaltet, mehr Licht also sozusagen. Und die Zufriedenheit der Menschen stieg und dann hat man das wieder zurückgeführt auf die ursprüngliche Beleuchtung und die Zufriedenheit der Menschen stieg vielleicht sogar noch weiter. Ja, so genau ist das hier unwichtig. Was genau passierte, entscheidend war, es war überhaupt nicht das Licht, sondern es war die Zuwendung. Das heißt, dadurch, dass die Menschen Teil des Experiments waren, veränderte sich das Ergebnis des Experiments. Es war die Aufmerksamkeit, es war die Wertschätzung, es war die Befragung der Mitarbeiter, die dazu führten, dass diese Menschen auch zufriedener wurden und die Beleuchtung spielte, wenn überhaupt, eine völlig untergeordnete Rolle. Und diese Erkenntnisse haben eine ganze Bewegung ausgelöst. Also dieser Mann, dieser Elton Mayo, Elton Mayo, wie gesagt gestorben 1949, hat eine Bewegung ausgelöst, die man dann auch nannte, die Human Relations Bewegung, Human Relations, also die Bedeutung der menschlichen Beziehungen am Arbeitsplatz, wie wichtig ist, dass Vorgesetzte Wertschätzung entwickeln, Zuwendung, Interesse für ihre Mitarbeiter und dass das die Produktivität sehr stark steigern kann. Im Laufe der Experimente hat man zum Beispiel Produktivitätssteigerungen von 30 Prozent ermittelt und das ist schon eine ganze Menge ausgelöst durch Wertschätzung, Zuwendung und Interesse von Vorgesetzten zu Mitarbeitern. Das war's. Vielen, vielen Dank. Alles Gute. Mein Name ist Marius Ibert. Vielen Dank. Vielen Dank.